Ja okay, aber... So, jetzt wieder ein bisschen beladen. So. Elektronik. Hm. Audio. Computer. Da ist die Drohne hierbei. Also ich weiß, dass... Ah, ich kann mich ganz vage erinnern, dass ich das auch mal gesehen habe, dass die Drohne da rumgeflogen ist. Ah, hier. Stationäre Kamera. Da! Streaming Drohne. Vogelperspektive. What the fuck? Stationäre Kamera. Aber da steht preiswert. Schienenkamera. Was ist das? Stationäre Kamera. Äh. 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 Was zum Teufel gibt es hier? Ich bin ein bisschen verwirrt gerade. Tatsächlich. Ich bin ein bisschen verwirrt. Hier gibt es noch mehr Kameras. Äh. So, kurz speichern. Spann, du hast das übernommen. Sehört. Ich bin anbestimmten. Äh... Okay, jetzt müssen wir ein einstellen. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, was man da machen kann. Hä? What the fuck? Besen schnappen, Bürger beschwichtigen. Besen schnappen! Luca schnappt sich ein Besen aus dem Putzschrank und beginnt die Straße zu säubern. La la la, Luca, das ist der Anfang, ruft Luca. Die Unterstützung, Zweck aufgestiegen. Gewonnen, Unterstützung 1. Winterfest. Was mache ich denn jetzt da? Bedienen. Ich verstehe gar nichts. Team starten, Aufnahme von Filmmaterial in der Rachterschaft aufnehmen. Nee. Hä? ETF-Video aufnehmen. Produktbewertung. Hätte ich es jetzt annehmen müssen? Mal fröhlichen Vlog. Ich weiß nicht, was mache ich jetzt mit dieser fetten Kamera? Gern ist es zur Arbeit. Perfekt. Was mache ich denn jetzt da? Ach, da ist die Kamera! Verbessern. Auto-Updater. Lichter anpassen. Trends untersuchen. Updates posten. Auf Kommentare antworten. Nächstes Video-Hype. Zusatzkomponente kaufen. HD-Kamera. So, schaut schon mal besser aus. Okay, ich nehme jetzt den fröhlichen Vlog auf. Wie lange geht der? Okay, aber das ist hart interessant, was man hier alles noch machen kann. Das wusste ich gar nicht mehr. Man kann den Namen geben? Äh. Ich habe eine... Warte. Ich habe mal eine stinkende alte in 2 Min flach gelegt. LOL. Sieh hier oben. Es ist Robin. LOL. What the fuck einfach nur. Kommentare antworten. Nächstes Video-Hypen. Kann an der Meister-Mixer Musikstationen von Videostationen mehr Klicks und Streaming-Drohne weiter Medienprodukte-Fähigkeiten aufbauen? Wee-Banabe. Hehehe. Äh, mach mal Charisma-Fähigkeit. Die brauchen wir aber eben. Mal hier Rede üben. Also man kann sich da irgendwie geil, ne? Hier selbst motivieren erst mal. Boopla? Säzer-Scherbaud? Oh, du. Hörst du das. Damsa. Gelna. Genau, und jetzt Rede üben. Ah, ich weiß nicht, Herr. Oh, wir haben eine Tübe. Ups. Fabian ist wieder da. Fabian muss ja nix mehr machen, ne? Neun Uhr Mittwoch. Das ist der kann jetzt, der isst jetzt. Und dann kann er eine erfrischende Dusche nehmen. Seine 15 Minuten Ruhm neigen die Ersatz zu Ende. Die Uhr tickt, Fabian. Schnauze, Alter. Oh, Markus, Junge. Lena. Das war die von eben. Ähm. Hä? Was jetzt? Rückenschmerz. Schlechte Matratze. Hä? Geh doch duschen, Junge. Hallo? Mann, 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 ey. Was? Also, das ist echt komisch und nervig. Was mach ich mit dieser Kamera jetzt? Und wir stellen die jetzt erstmal weg. Und wir stellen die jetzt erstmal weg. Essen. Und dann würde ich sagen, können wir die Gitarre lernen. Üben. Ja, die ist sofort wegen Marotte immer erreichbar. Ja, ja, blablabla. Was ist das? Was ist die Gitarre so böse, oder was? Das ist interessant. Luca, gut Job. Gönn dir, Junge. Ach, ich hab... Das reicht schon, ne? Wann du bei mir? Kann ich hier jetzt auch noch ganz normal... Kann ich nicht, ne? Ach, kacke. Jetzt hab ich den PC verkauft. Den brauchen wir noch. Scheiße, kann ich hier jetzt stellen. Äh, Video aufnehmen. Alter, Janis! Befördert zum Projektmanager. Mit 94. Stunde, 67. Hipster-Hugger. Seine nächste Schicht beginnt im Mittwoch um 9 Uhr. Projektmanager. Ja, sexy, Alter. Da brat mir doch einer den Storch. So, Videospielfähigkeit und Programmierfähigkeit. Und muss programmieren. Der Easy, Alter. Easy peasy lemon squeezy. Und der hat sogar Geld verdient, dass wir uns wieder was leisten können hier. Schreibtisch. So, was ist denn, äh, Zeichentisch ist das, ne? Ohne ein Schreibtisch. Kampf-Schreibtisch. Ah, sieht fresh aus. PC. Hier, warte. Computer. So, wir hatten den hier, ne? So, haben wir es erstmal so. Da war so ein Tisch geklaut. Da ist ein Stuhl. Wo wir auch kein Geld haben. So. Oh, oh. Luca? Na warte, Fabian ist hier. Alles gut. Oh. Nein. Wir brauchen Geld. Scheiße. Scheiße. Nee, der war zu teuer. Nee. Äh. Ach, Kacke. Jetzt ist alles so teuer. Wie viel war? Ach, können wir. Oh, perfekt. Oh. Was denn jetzt? Was ist passiert? Was ist passiert? Weil die Familie zusammenführen, wegen Vorfahren auf Geschenke? Hä? Ach, weil, äh, hier fast Dings ist, oder was? Neutral. Wir haben fast unser erstes Jahr durch. Glaube ich zumindest. Und er ist schon wieder am Kochen, Junge. Esst doch die Reste, verdammt! Ah, Janis. Oh, macht alles von alleine. Geiler Typ. So, was kann Janis sogar auch mit dieser Drohne machen? Aufnahme starten. Stream starten. Er kann Stream starten. Klickt er durch rum. Muss er sich erst mal so'n, äh, Ne, muss er nicht. Okay. Machen wir mal Stream starten. Das interessiert mich jetzt. Was passiert, wenn er das macht? Stream läuft. Ja, klopp. Nicht umsonst den Scheiß-Wohnenschlüssel. Nice, Fabian. Nice, nice, nice. Okay. Scheint ja irgendwie Drohnenfreund, weil er mit Drohne gespielt hat. Und es ist immer so'n, 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 Vielen Dank.